Hi, ich bin der Marvin. Ich bin jetzt im 4. Layer als Krosseriebauer. Vieles über verschiedene Autos, wie man Stoßstangen runterbaut in verschiedenen Modellen, Techniken wie zum Beispiel Assistenzsysteme, Einstellungen und so weiter. Die oscillierende Säge, damit trennen wir halt verschiedene Metalle oder Kunststoffe, können wir damit auch trennen. Winkelschleifer, Torx-Schraubenzieher, haben wir noch das Max-Schweißgerät, Schlagschrauber natürlich, Ausbauwerkzeug verschiedener Art, Glosserhammer, alles Mögliche. Nach der Ausbildung werde ich auf jeden Fall erstmal bei Spindler bleiben, werde auch übernommen. Mein Ziel ist auch irgendwann mal auf die Meisterschule zu gehen und dann halt mich weiterzubilden. Also der Kfz-Michatroniker macht halt mehr am Motor, das heißt verschiedene Services, wie Ölwechsel und so weiter. Und ich mache halt nur Karosserie, Unfallinstandsetzung. Mein Lieblingsauto ist der Audi RS6. Ne, der alte sogar. Handschalter und Wände. Passt zwar nicht zu RS6, aber... Keine Frau! Jäisiin plateaus. Sed Hasen. Ich hab secreできAPER als ich weiss.